RANPAK – weltweit führend in Papierverpackungen. Innovativ, umweltfreundlich und einfach. PADPAK – die vielseitigste Innenverpackungslösung. PADPAK LC – kostengünstig, zeitsparend, ergonomisch, schützend. Die PADPAK LC ist die schnellste Papierpolstermaschine auf dem Markt, mit dem höchsten Ausstoß, der maximalen Kartondurchsatz ermöglicht. Die Maschine wandelt einlagiges Papier in Polster um, die zum Schutz von Produkten während des Versands verwendet werden können. Zur Herstellung der Polster ist weniger Papier als bei alternativen Techniken nötig, sodass Sie mit jedem Paket Kosten sparen. Die einzelnen Papierpakete in Leporello-Faltung stellen sicher, dass die Maschine einfach zu beladen ist und bei hoher Geschwindigkeit läuft. Mit dem Klebestreifen können mehrere Pakete zusammengeklebt werden, um für einen Non-Stop-Verpackungsvorgang zu sorgen. Die Maschine bietet mehrere Betriebsmodi. Die Länge des Verpackungsmaterials kann mithilfe der Fernbedienung, mit dem Fußpedal oder durch das Arbeiten im EDS-Modus bestimmt werden. Dadurch kann die Maschine das nächste Pad produzieren, sobald das vorhergehende Polster herausgenommen wird. Der automatische Modus produziert eine vorher festgelegte Menge Polster im Voraus. Die Patpak LC kann gekippt und gedreht und so für maximalen Benutzerkomfort ideal in die Verpackungsumgebung integriert. Der einzigartige Nahtvorgang erstellt ein Polster, das ausgezeichneten Schutz bietet. Das Papierpad kann für viele verschiedene Verpackungstechniken und Anwendungen verwendet werden, zum Beispiel polstern, fixieren oder einwickeln. In diese Papierpads verpackt, können Ihre Produkte sicher gelagert und per LKW, Flugzeug oder Frachtschiff transportiert werden. Typische Branchen, in denen Sie das Padpak LC finden, sind E-Commerce, Elektronik und Haushaltswaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017